Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgens Jakob von Infracta und ich bin wieder ein Total War Warhammer. Wir müssen versuchen den Arsch on, zügig platt zu kloppen, weil ich habe das Gefühl, solange der Saftsack lebt, ja, ich würde sagen, das ist unsere Chance, oder? Boris, Boris die Bestie, du bekommst jetzt eine großartige Möglichkeit. An der Stelle, ich würde gerne im Lotto gewinnen, sehr viel Geld, ähm, bald. Ah ja, gut, man soll seine Gelegenheit nutzen, gerade eben haben wir schon gesagt, wir sollten gucken, dass wir den Arsch on, platt machen, bald, ne, sobald ihm möglich, und dann kommt der und bietet sich noch an, hm, ich warte gerade ernsthaft, ob es nicht unter eine Tür klingelt, und jemand kommt und überreicht mir in so ein Sack Geld, das wäre doch jetzt mal voll die Maßnahme. Gut, für euch wäre es wahrscheinlich besser, wenn keiner kommt mit dem Sack Geld, weil dann hätte ich den ganzen Tag Zeit zu zocken, ich würde YouTube fluten mit Videos, und ihr müsstet in einer Tür damit leben, dass es bei euch ständig wahrscheinlich klingelt im E-Mail-Fach oder so, äh, dann heißt es halt ganz nett, aber Monty hat wieder irgendwelche Videos rausgehauen. So, 40.000 Videos, alle Spiele-Modifikationen, die ich kriegen kann. Ja, das glauben wir dir. Bruce. Ich würde ja gerne ein bisschen weiter rauszoome, hm? Kamera, dein Name sei Total War. Was ist was da? klappt das kommen alle sieht so aus gell ja 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 Quickly! For the Emperor! Moving now! For the Emperor! Quick, march! Ready! I command in your stead! Keep me there for me! Rise always, General! Swordsman! Sigmar calls! We are here for the Emperor! Formation, march! Get ready! Formation, march! Formation, march! Ich habe so das Gefühl, es läuft nicht so für Bretonnia. Stand in Sigmar calls! Ich habe einen besonderen Job! Ihr geht eine Kanone jagen! Bevor euch habe ich einen besonderen Job! Ihr geht eine Kanone jagen! Und das solltet ihr hinkriegen, bevor die Kanone allzu schlimme Verluste bewirkt. Ich habe sie verliebt! Keine Krise! Ich habe sie verliebt. Was? Jetzt schon? Wo denn? Wer denn? Achso, meine Raketenwerfer. Nein, die brauch ich schon noch. Ja, das läuft jetzt ja eher suboptimal. Ja, aber ihre Artillerie ist jetzt auch platt. Go! Take the ground! For the Emperor! For the Warhammer! Attack! Sir! War! Awaiting orders! Demigriff Knights! Swordsmen! The Empire is yours! My Ulrich Wrath! Sir! Yes, General! Bring it down! Sir! Ah! No lingering! Quick march! Yes, Earth! Quickly! Move me now! We are Sigma's heirs! No lingering! Sir! No lingering! For the Emperor! Wow! Sigma calls! The Empire endures! The Empire endures! Outriders! Winkbar! In Sigmar's name! Emperor's Might! will you? Now! Here are! Swordsmen! Und Gunners! Sigmar, preserve uns! Was sollst du uns? Ja, Sir, quickly! Ja, General! Empires! Für die Emperor! To battle! Moving jetzt! At speed! Rangier, Target! Für Heldenhammer! Demigriff, Knights! Ready for war! Demigriff, Knights! Take the ground! At speed! Ready! Detend the combat! Taking position! Conditions acceptable! Arina, guide our aim! Ready for war! Ready for war! Into battle! Sigma! We are Sigma's heirs. Democript Knights. Swordsmen. Awaiting orders. Handgunners. Missile troops. In Rage! Fighting Rage, sir! Democript Knights! Attack! The Empire endures. We are ready! At speed! Ready ammunition! My girl, Meraz! Swordsmen! My Ulrich rocks! Swordsmen! Yes, General. Charge! Standing by! Fire! My Ulrich rocks! War! You've got power now! It is war! We obey! Ready! Awaiting orders! Swordsmen! Ich hoffe bloß, es hat irgendjemand von meinem Raketenwerfer überlebt, denn jetzt müssen wir halt nochmal neue bauen. Aber so oder so, wir haben Arsch on-Blood gekloppt und das ist es wert gewesen. Apropos, ich habe nicht gedacht, ich habe noch mehr Reiterei, manchmal nützlich. Ich habe versteckte Einheiten. 7.4 Uhr Beware the wizard! Ready for war! We await your orders! We're sent to the ready! For brands! Ready! At speed! Sigmar command! Ready for war! The Empire inshures! The ground quakes! Ready for war! Shoot them! Draw! Sigma calls! Go! Shoot! Shoot! Pick target! Yes, General! So be it! To battle! Keep your hands down there! They're casting spells! Mal einen saftigen Abschiedsgruß von den Imperial Panzern! Hervorragend Ja, ich habe meine Artillerie verloren Die können wir neu ausbilden Aber die haben ihren Anführer verloren Und einen gründelten Teil ihrer Armee Ihre Kanone Ihre verdammten Dämonenbestien Da hüpft sie durch die Wald Hier ist die 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 Du bist kein König des Empires, Vampire! Du bist ein Schmerz! Ready! Where does the Emperor bid? Okay. You fool! I didn't even have enough money. So? Yeah, you have enough money. Fight for our nation! Hm. 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 Ich würde sagen, das, was ich habe, ist eigentlich besser. So, warum kriege ich jetzt keine Meldung, dass wir den Arsch on plattgekloppt haben? Da müssten wir doch jetzt eigentlich mal wahr. Da müsste was gehen. Hm. Hm. Es ist total Time. So. Warum geht er jetzt ins Global? Ach so. Nee, der ist nicht der. Lord of Boetonia. Ja, 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 ja. Na, ja, ja. Ja, ja. Ja, ich würde sagen, ich würde mich mal mal schauen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist eure W räumlichen St nutshell. Ich habe jetzt keine Er Shakespeare, die Welt. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt diesen Coolball bekommen. Jetzt bin ich zu über. Ja. Ja, ich habe jetzt auch schon da. Ich habe jetzt in der Welt. Ja, ja. Blabla. So, vier Runde. Komm, du gehst nach Bechheim. Ja, 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 ja. Du kriegst auch einen Panzer. Und du kriegst auch einen Panzer. Weil ich Panzer mag. So, ihr braucht Alma-Täuschen. Ich will marschle die Mann. Hm, naja, gut. Nächste Runde dann. Sigma compels us. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nichts, warum es jetzt kein Event-Gedönsigkeit gibt. Ich hätte dir gedacht, wenn ich den Anführer des Chaos-Platt kloppe, könnte das Spiel vielleicht mal was dazu sagen. Finde das jetzt nicht zu viel verlangt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Und jetzt? Ja, was ist denn, Junge? Ach, hab ich die angeklickt, was wir sehen? Hm. Könnte natürlich... Komm, dann. Only Sigma's God, Ulrich, kann judge it, where they are, no. Der Punkt ist bloß, äh, ich krieg zwar dann die Provinz voll mit der Bronzefestung, aber jetzt wirklich viel Reise tut die nicht. Dafür krieg ich aber eine ganze Armee, die ich durchfüttern muss. Wir geben uns das mal für einen Notfall auf. Im Moment verdiene ich Geld durch den Handel und muss die Armee von denen nicht bezahlen. Tatsächlich, das Versehen auf, äh, auf Diplomatie gedrückt, statt auf Rundenende. Na, toll! Herkommt das nächste Chaos-Gelumpe aus der Wüste. Ist ja super. Ich war doch grad erst wieder auf dem Weg, wieder alles aufzubauen. Der hüpft zu fröhlich. Jo, hüpft ihr immer nach Westen. Er ist immerhin noch eine, äh, Chaos-Armee. Ja, das geht alles ein bisschen schneller, fällt mir dabei die Gelegenheit mal auf. Ja, du reizst natürlich wieder heim. All der Schufsäckl. Dann geht es schon. Der Schufsäckl. Dann geht es schon. Dann geht es schon. Ja, das geht es schon. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne? Dann geht es schon. Dann geht es schon eher, wenn man es mal bei ihr. Was ihr wundere? Ähm, ich würde sagen... To the Provinces! What does the Emperor bid? Um... Yes, my lord. Praise Sigma! Into battle! It is for the best. Yes, my lord. That will incur my wrath! Alter Schwätzer! Gut, nächste Runde kann die nach Osten. The Empire! Praise Sigma! Pick up the pace! Ready! Bring me to my men! Pick up the pace! Ich baue, macht da nichts mehr Sinn. Wenn wir einfach mal Geld raushauen für Spaß an der Freude, müssen wir jetzt ja auch nicht, gell? Hm, die haben Gorsal abgefackelt. Habe ich den vielleicht? Ich habe den doch platt gemacht. Ach, der war nur verwundet. Das heißt, der ist nicht tot. Das heißt, der ist im Osten, spawnt er bald wieder und kommt mit einer neuen Armee. Hm, wie kann ich das beeinflussen, ob er nur verwundet wird oder ob ich ihn wirklich rund gemacht habe? Leute, da kommen doch noch mehr. Ihr müsst dann, äh gut, andererseits, mehr ist ja recht, wenn ihr nach Süden marschiert und da unten mal für Ordnung sorgt. Ähm... Hm. 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 Ah, nee, du marschierst alleine nicht fort. Da ist immer noch der da. Ja. Ja, du kannst... Aber mal nach Osten. Ja. 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 Wieso denn Siedlung einnehmen? Ich will marschale den Mann. Wer kenne? Was soll der Emperor bieten? Ach, der auch. Ja, ja, alles gut. Hm. Ja? Schafft ihr euch da mal aus dem Weg? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020